Wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Gösseldorf bei Ansbach. Düsseldorf bei Ansbach? Gössel. Gösseldorf. Also Sturmjagdunterfragen. Hier sind Gösseldorf, Gösseldorf, keine Ahnung, bei Ansbach. Und ja, ich sage jetzt bewusst nicht, was wir heute verpasst haben. Denn das wird bei uns peinlich. Ich würde auf der Hauptstraße bleiben erst mal. Das wird mit uns als peinlich nachreden. Doch wir haben gerade eine ziemlich blitzaktive Gewitterzelle vor uns. Und jetzt schauen wir mal, was wir daraus machen können. Zurücklehnen und genießen. Richtig. Hier ist auch ein Umspann mehr, gell, wenn du es um die Ohren fliegt. Boah, stark. Wenn du es um die Ohren fliegt. Das ist ein schönes Konterprojekt bei dir, oder? Wir sollten aber noch ein bisschen uns voraussetzen, oder? Aber das schlägt man wirklich. Nee, ich habe schon drauf. Was? Sollen wir uns noch voraussetzen? Ja, voraussetzen ist gut. Ich würde sagen, Richtung Winsbach, ne? Gibt es was? 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 Weil wenn wir es links sind fahren, können wir hier rechts reingrechnen. Ja. Ja. Ja, ich sage mal schlägt. Also wir können es nicht vom Mittler. Aber ich kann es nicht mehr auf igen-dessen. Ich finde es einen Staubstriche. Das ist nicht ganz schön. Wee! Wow. Wow. Great. 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 There he is. Wow. There he is. Wow. 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 Untertitelung des ZDF, 2020